In diesem Video möchte ich einen Überblick geben über das Thema der kooperativen Nahrungssuche, das praktisch die Ursprünge der menschlichen Kooperationsfähigkeit behandelt. Zunächst mal, wenn wir uns anschauen, die Umweltbedingungen in der afrikanischen Savanne vor ungefähr zwei bis drei Millionen Jahren für unsere Vorfahren, dann zeigen diverse Funde, dass der Anteil an Savannen, Tieren und Pflanzenarten vor ungefähr zwei Millionen Jahren drastisch zugenommen hat. Hier zum Beispiel der Anteil an Huftierarten wie Büffeln oder Zebras in den Fossilienfunden. Und so können wir uns fragen, welche ökologischen Nischen oder Möglichkeiten der Lebens- und Ernährungsweise waren denn dann möglich für unsere Vorfahren unter diesen Umweltbedingungen? Da können wir uns überlegen, vielleicht pflanzliche Ernährungsweise oder auch tierische Ernährungsweise. Und wenn wir uns anschauen aus den Fossilienfunden auch, welche unserer Vorfahren oder Homininenarten denn zu dieser Zeit überhaupt gelebt haben, dann haben wir hier eine Reihe verschiedener Arten, die eigentlich zur gleichen Zeit gelebt haben und die sich auch ganz anders, ganz unterschiedlich ernährt haben. Zu dieser Zeit finden wir auch die Ursprünge der Gattung Homo, also unserer Abstammungslinie. Tatsächlich finden wir hier so eine Art, nimmt man an, eine Art Abzweigung zwischen zwei Abstammungslinien, die eben ganz bedeutend sind und auf zwei unterschiedliche Nischenspezialisierungen praktisch hindeuten. Einmal haben wir Arten, die sich durch bestimmte Eigenschaften auszeichnen. Einmal der sogenannte Nussknackermann, Paranthropus bosei. Hier können wir, hier stellen wir fest, wenn wir uns dessen Schädel anschauen, dass er ziemlich große, starke, malende Zähne hat. Und wie der Name auch schon sagt, Nussknackermann, können wir jetzt überlegen, wovon hat er sich wohl ernährt und woher könnten wir das wissen? Eine andere Art, die zur gleichen Zeit gelebt hat, ist der Paranthropus aethiopicus. Wird manchmal auch Black Skull genannt, weil er einfach solche schwarzen Verfärbungen hatte. Das hat aber nur etwas damit zu tun, wie seine Fossilien, weil seine Ablagerungen gefunden wurden. Und auch er hat markante Eigenschaften an seinem Schädel, insbesondere dieser Scheitelkamm hier, der sehr stark ausgebildet ist. Und auch hier können wir uns fragen, was können wir davon auf seine Ernährungsweise schließen? Wovon hat er sich wohl ernährt? Und woher wissen wir das? Dieser Scheitelkamm ist eine interessante Frage, mal zu sehen, worauf könnte der wohl hinweisen? Was bedeutet das? Tatsächlich ist es so, wenn wir uns zum Beispiel auch mal den Schädel eines Gorillas anschauen, welcher hauptsächlich Pflanzenfresser ist, dann merken wir auch, dass der Gorilla einen sehr stark ausgebildeten Scheitelkamm hat. Und tatsächlich bedeutet dieser, dass dort die Muskeln, die Kaumuskeln Platz brauchen. Also sprich, es geht darum, dass diese Schädel Eigenschaft darauf hinweise, dass hier sehr starke Kaumuskeln ausgebildet wurden. Und so gehen wir davon aus, dass diese Arten sich vorrangig auf harte, trockene Savannenvegetation spezialisiert haben. Sie sind also praktisch, ja, fast wie eine Kuh, der Nussknackermann irgendwie, haben sich auf Gräser spezialisiert, auch Wurzeln, Nüsse und so weiter. Also ziemlich harte Nahrung, die sehr stark zermalmt werden muss. Sie sind aber ausgestorben und wir können uns dann fragen, warum wohl? Eine mögliche Antwort ist, dass eben dadurch, dass das Klima immer trockener wurde, die pflanzliche Nahrung immer spärlicher wurde und sie damit sich nicht so gut weiter fortpflanzen konnten. Sie gehören also nicht zu unseren Vorfahren, denn sie sind ausgestorben. Zur gleichen Zeit lebten aber auch unsere Vorfahren in dieser Lebens-, in dieser Umwelt. und das ist also der Beginn unserer Abstammungslinie, der Homo-Linie. Und Homo habilis ist einer der Ersten, von dem wir wissen, dass er um diese Zeit gelebt hat. Und so können wir uns fragen, was haben die denn wohl anders gemacht als die Vertreter der Paranthropus-Linien? Wovon haben sie sich wohl ernährt und wie konnten sie überleben? Und woher wissen wir das? Anhand solcher Bilder, Darstellungen können wir ein bisschen erarbeiten, was es wohl gewesen sein mag, wie sie in dieser Umwelt überlebt haben. Und so kommen wir zu dem Schluss, dass sie sich möglicherweise eher auf tierische Nahrung spezialisiert haben. Und das Problem ist aber dann, wenn man sich auf diese ökologische Niese spezialisieren will als eine Primatenart in dieser Umwelt, das ist gar nicht mal so einfach. Denn um an Fleisch zu kommen, muss man mit den anderen spezialisierten Räubern der Savanne konkurrieren, mit Hyänen, Löwen. Und so müssen wir uns fragen, welche Eigenschaften sind wohl dafür notwendig oder vorteilhaft, um das überhaupt zu schaffen. Denn wir müssen auch bedenken, unsere Vorfahren hatten zu der Zeit, die waren relativ klein, 1,20 Meter vielleicht, 1,40 Meter. Und sie hatten ja keine scharfen Krallen oder Reißzähne, wie die spezialisierten Räuber. Und sie hatten auch noch keine ausgefeilten Werkzeuge, wie Pfeil und Bogen. Und wie man an solchen Darstellungen auch so ein bisschen sehen kann, ist eine wichtige Sache, die dafür notwendig war, Kooperation. Sie mussten also, es war also vorteilhaft, nicht nur allein unterwegs zu sein, sondern mit Artengenossen, sodass man zusammen sich die Arbeit aufteilen konnte, sich gemeinsam schützen konnte vor anderen Räubern. Und so kommen wir zu diesem Thema kooperative Nahrungssuche oder kooperative Jagd. Hier ist ein Lesetext als ein Unterrichtsmaterial, welches darauf hindeutet, dass an sich natürlich kooperative Nahrungssuche durchaus auch verbreitet ist in der Tierwelt. Und um zu verstehen, welche Eigenschaften denn notwendig waren, damit unsere Vorfahren unter diesen Bedingungen überleben konnten, haben Verhaltenswissenschaftler, Anthropologen diverse Experimente durchgeführt. Zum Beispiel mit Schimpansen und Bonobos. Hier einige Experimente, in denen man untersuchen wollte, wie gut sie denn zusammenarbeiten können, um an eine gemeinsame Futterquelle zu gelangen und diese dann auch aufzuteilen. Hier sind die Arbeitsblätter zu diesen Experimenten verlinkt. Also es geht darum zu schauen, wie verhalten sich denn Schimpansen als Paare, wenn sie in einer Situation sind, wo sie zusammen, indem sie hier dieses Seil ziehen, an eine Futterquelle gelangen. Einmal in der Situation, wenn die Futterquelle aufgeteilt ist, sprich jeder praktisch hat seinen eigenen Teller hier mit Bananenscheiben und wie sieht es aus, wie können sie es tun, wenn es eine gemeinsame Futterquelle gibt, die sie dann auch aufteilen müssen. Hier auch ein Video zu diesem Experiment. Und die Ergebnisse zeigen tatsächlich, dass soziale Toleranz oder soziales Temperament eine wichtige Rolle darin spielt, wie erfolgreich die Arten darin sind. Es ist bekannt, dass Bonobos an sich ja etwas höhere soziale Toleranz haben als Schimpansen und es zeigt sich, dass wenn das Futter verteilt ist, in dieser Situation sind eigentlich beide Arten relativ gut darin, weil sie eben jeder praktisch seine eigene Futterquelle hat, die er dann für sich nehmen kann. Wenn aber das Futter verteilt in der Mitte ist und praktisch beide zusammenarbeiten müssen und sich dann diese Futterquelle aufteilen, zeigt sich, dass die Schimpansen viel schlechter darin sind als die Bonobos. Sprich, einer der Schimpansen wird dann in dem Versuch, nimmt sich diese ganzen Bananenscheiben, sodass der andere dann praktisch die Lust verliert, weiter mitzumachen und zu kooperieren. Und diese Situation stellt im Grunde dar, die Situation, die auch unsere Vorfahren hatten, nämlich, dass sie zusammen an einem Beutetier sich zusammenarbeiten mussten, um das Fleisch zu erlangen und so weiter. Und das erforderte eben einen gewissen Grad an sozialem Temperament, sodass man sich nicht gegenseitig nur in Konflikt gerät und praktisch nicht darauf achtet, was zusammen zu tun ist in dieser Situation. Auch in ähnlicher Weise zeigte sich unter den Schimpansen, da gibt es ja auch Variationen in der sozialen Toleranz. Und so zeigte sich, dass tolerante Paare, zwei Schimpansen, die sich miteinander gut vertragen können, dass die viel erfolgreicher waren in diesem Experiment als intolerante Paare. Solche Experimente deuten also darauf hin, dass soziales Temperament einfach schon eine wichtige Eigenschaft war, die unter diesen Bedingungen selektiert wurde. Weitere Verhaltensexperimente zur Kooperation. Da wollte man eben auch schauen, wie verhalten sich denn Kinder oder Schimpansen, wenn sie zusammen etwas tun mit einem, in diesem Fall menschlichen Partner, zusammen an etwas spielen. und wenn klar ist, dass dieses Spiel etwas ist, wo wirklich nur zwei Individuen beteiligt sein müssen. Hier sind auch die Arbeitsblätter zu diesen Experimenten verlinkt. Und was sich in diesen Experimenten zeigt, ist diese Eigenschaft, die man auch nennt geteilte Aufmerksamkeit, Shared Intentionality, die wir Menschen zu scheinen haben und die in anderen Primaten wohl nicht so in dem Maße zu finden ist, nämlich dieses Gefühl oder dieses Wissen, dass wir etwas gemeinsam tun. In den Experimenten haben zum Beispiel ein- bis zweijährige Kinder, nicht immer, aber zumindest zeigte sich, dass sie wissen, hier, ich muss auf den Partner, ich muss den Partner auffordern, etwas gemeinsam zu machen, während das bei den Schimpansen völlig abwesend war, diese Eigenschaft, dieses Verhalten. Um auch so ein bisschen auf spielerische Weise diese Herausforderung der Kooperation unter diesen Bedingungen der Savanne zu simulieren und mit Schülern so ein bisschen erfahrbar zu machen, können wir auch diverse Spiele spielen, zum Beispiel hier das Steinzeitjagdspiel. Hier müssen Schüler zusammenarbeiten, um gemeinsam einen Puzzle zu lösen, was praktisch simulieren soll, dass sie ein großes Tier fangen müssen. Und das Ziel hierbei ist, dass Schüler erkennen, dass unter diesen Bedingungen Dinge wie Kommunikation, gerechte Aufteilung der Beute, gemeinsame Identität und so weiter wichtig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Und außerdem ist das Ziel, dass sie dann eben erkennen, dass wir Menschen diese Fähigkeiten von unseren Steinzeitvorfahren geerbt haben, welche gemeinsam in der Savanne überleben mussten. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch mit Schülern in den Zoo gehen, zum Beispiel im Leipziger Zoo gibt es ja das Pongoland und sie oder auch in anderen Situationen, Dokumentarfilmen, so ein bisschen beobachten lassen, Primaten, zum Beispiel Schimpansen, kann man schauen, können wir beobachten, dass zwei oder mehr Tiere an etwas zusammenarbeiten, zum Beispiel, dass sie einen Gegenstand zusammentragen oder ein Problem zusammenlösen, sich gegenseitig bei etwas helfen. Zwar ist es so, dass bei den anderen Menschenaffen, man beobachtet sowas wie Fellpflege oder dass sie sich manchmal auch Nahrung teilen, aber man wird nie beobachten, dass sie zum Beispiel etwas zusammentragen, dass sie gemeinsam an einer Sache arbeiten. Man mag denken, dass das wohl eigentlich für sie möglich sein müsste, aber tatsächlich können sie das nicht so einfach hinkriegen, während das bei uns Menschen eigentlich ständig, dass wir damit beschäftigt sind, dass wir mit anderen zusammen etwas tun. Zu guter Letzt hier noch auch ein Arbeitsblatt, mit dem man nur nochmal ausrechnen und grafisch darstellen kann, diese natürliche Selektion von Fähigkeiten für die kooperative Nahrungssuche, also so etwas wie soziale Toleranz, soziale Kognition, soziale Wahrnehmung bereits, die schon vor zwei Millionen Jahren selektiert wurde in solchen Situationen, wo kooperative Nahrungssuche für das Überleben notwendig war. Und hier auch noch ein Ursache-Wirkungs-Diagramm, das man zu diesen Faktoren ausfüllen kann, welches praktisch darstellt die Evolution und Entwicklung von Merkmalen, die die kooperative Nahrungsbeschaffung in der Savanne ermöglichten. Hier auf dieser Seite finden Sie dann auch noch weitere Informationen zu diesem Thema. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017